Das ist hier Hegen, begrüßungsgleich mit Schrägdachgebäuden. Extra Hallen gebaut für Solar in Hegen. Lieg bei Norderheim steht. Hier gewaltige Bauvorhaben. Alles in Hegen. Die Landwirte bringen das Stadtbild hier oder das Ortsbild. Da kommt schon so einer mit irgendein Zeug da drauf. Gras oder sowas. Und hier ist noch Viehtrieb. Das ist ja ganz gemein. Die müssen immer Schritt halten. Hegen, guck mal hier. Wehe, sie gehen nicht mit. Hallo. So macht man das heute. Oder früher war es auch so. Das Hegen. Hier auch hübsches Haus. Ja. Das wäre es ein Haufen. Und Tschüss.